hi leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft mysterious ja heute also letzte folge hat uns diese limonite sachen gecraftet und ja vielleicht baue ich heute wieder eine kleine timelapse mit ein vielleicht auch nicht und die axt geht auch voll schnell schon ganz gut und ich glaube ich weiß nicht aus was soll ich mir ein dach bauen aus aus eichenholz oder aus irgendwie stein ich weiß es nicht genau aber was ich weiß ist dass wir auf jeden fall dass wir auf jeden fall heute das dach machen werden und ja aber im westen erstmal noch eine etage drauf machen so erstmal das ganze holz verarbeiten sein das ist glaube ich unser holz ja dann noch eine etage drauf machen so zack 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 ich weiß dass man im kopf ist und das sieht nicht sehr schön aus aber ich glaube ich lasse es erstmal es kann ich ja später irgendwann noch mal machen so und ich glaube ich mache jetzt in einer kurzen timelapse hier ein bisschen das dach und ich wünsche oder ich glaube ich mache noch irgendwie einen zweiten stock hier kurz drauf ich hoffe mir reicht das holz dafür sonst kann ich auch noch mal neu anbauen also reichen tut es mir erstmal aber ja nicht ganz ich glaube ich pflanze jetzt hier wieder neue bäume an ich möchte auf jeden fall irgendwann mal wieder ein bisschen runter schauen ich muss mal gucken ist gerade das ist auf peaceful warum ist auf peaceful das frage ich mich ja sieht's kann ich vielleicht da unten irgendwo anbauen ifos gilt ich brauche irgendwie besseres gilt und dazu gucke ich einfach mal einfach mal online da ist wieder komisches teil man level 10 für die skills haben brauchen muss egal ich versuche die einfach mal zu meiden diese fächer ich gehe einfach mal auf die kühe aus irgendeinem grund kriege ich nichts von den skills hier sind wieder böse viecher ja was haben sie mir gedroppt raw folien shop diese fächer sind alle böse schnell wieder hoch auf unseren berg aber wir haben neues fleisch entdeckt es leckt gerade ein bisschen aber ich glaube sollte gehen ich weiß nicht ob man das auch im video so sieht aber ich brauche jetzt auf jeden fall erstmal essen besten äpfel aber ich glaube ich mache das dach ich glaube das dach mache ich mir wirklich aus stein aus dem stein den ich mir gemacht habe letztes mal der den jetzt hier in die tour gepackt habe aus dem small cobblestone dicks man die bäume sollen wachsen aha amethyst daraus kann ja nur sieben ja da kann man ja so richtig gutes schwert raus machen 14 attack damage und und circuit fabricator mach ich mir ja glaube ich bald circuit das leckt das ist nicht gut aber ich glaube die aufnahme ist immer noch an ja das ist mehrmals bei mir passiert war keine sorge das geht eh bald wieder weg das wird schon ja genau circuit fabricator aluminium wire ich brauche halt eigentlich brauche ich nur die wolle mehr brauche ich nicht dann könnte ich mir den circuit fabricator machen weil knöpfe kann ich mir machen so es wird nacht schön erstmal schlafen so circuit basic control circuit und dann so richtig viele circuits redstone block circling runi jung chunk aber auf jeden fall ich brauche mehr holz aber ich glaube dafür kann ich kurz mal runter gehen ich passe auch auf dass die diese tiere mich nicht töten das ist ja ein eichenbaum hier ich habe ich habe gerade eine osmium chestplate glaube ich ja habe ich ja ist gut weil ich sehe hier gerade nicht so viele eichenbäume so jetzt wieder hoch na saplings natürlich mitnehmen damit wir oben unsere bäume pflanzen können und da ist auch noch gleich ein anderer baum gewachsen das ist auf jeden fall sehr gut mal zu machen dann haben wir 60 60 draus machen aber ich glaube ich mache erstmal die hälfte erstmal nur 30 na wohl nein ich mache mir gleich 60 so jetzt kann ich ja erstmal schön den zweiten stock bauen ach ich glaube ich mache auch hier jetzt mal die wand rein so 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 missed und eine sache war ich auch noch mache es auf jeden fall die türen zu machen das so hinzusetzen damit das auch schön symmetrisch ist weil im moment ist es ja nicht gerade symmetrisch ich muss nur gerade gucken ich glaube ich habe eine gute idee wie ich das machen könnte ich glaube ich könnte so machen und dann hier die tür einsetzen warum nicht kann man machen das ist ja natürlich bisschen dunkel aber es kann man beheben noch ziemlich viel dämonie was kann man auch sonst noch mal für die rüstung braucht man leider safir cannonball limonite ivory glaube eine lampe will ich mir gerade im moment nicht machen holy ero ich kann noch eine limonite lamp machen dazu bräuchten aber ich glaube diese limonite lambs die baue ich ein in mein haus das wäre auf jeden fall eine gute idee wir haben ja zwei öfen da können wir uns auch die kohle für die öfen teilen und ich glaube auf dem dachboden baue ich mir dann später auch meine kisten auf mal das junium erst mal schön zu junium chunk und das mache ich dann zu unpowered runes oder zu allem ich glaube erst mal zum moon schreien dann kann ich mal weiter gucken aber jetzt ich glaube ich mache das erst mal so habe ich noch cobble stone ja einige menge noch schön ich glaube ich mache ich mache das so dass ich ganz außen rum also hier so was lang ziel zack 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 wow ich möchte jetzt nicht sterben ja gerettet warum ist dieses teil ausgerechnet hier hoch gekommen schön erstmal unium chunk bisschen machen ich brauche zwölf levels auf hand das ist doof so erstmal sehr viel unium chunks ja da habe ich mir schon geschmolzen ich kann mir noch ein bisschen aluminium schmelzen das sieht auf jeden fall lecker aus folie und shop so und jetzt noch hier wissen die monik reinpacken warum bin ich noch nicht level zwölfen hunters hat ein hunter ich glaube jetzt erst sich eins poli und shops so viel bringt dass man auch nicht hier kann ich glaube ich ausrüsten für galactic craft ich wollte ich gehe ich mache einfach einmal auf friedlich dann ich auf easy dann müsste es weg sein weil ich wollte ja eigentlich mal anfangen mein haus zu bauen das muss ja auch mal sein nein das war falsch so das war auch falsch so und ich weiß nicht wie ich das hier so machen ich glaube hier mache ich das ich glaube ich weiß wie ich es hier mache und erstmal muss ich hier einmal einmal kurz noch hier das einfach mal ah ne das ist ja das warte ich glaube ich glaube hier mache ich einfach mal ein cobblestone rein dann passt die sache und ja einmal schlafen und ich würde auch mal sagen das war es an dieser stelle für die folge gebt eine positive bewertung da gebt einen daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat und schau leute ein das ist ja Bis zum nächsten Mal.